Lisa, willst du nichts frühstücken? Ich habe so mit meiner Verstopfung zu tun. Dagegen gibt es doch Medikamente. Ja, aber die Nebenwirkungen, die machen mir wirklich Angst. Nachher kriege ich noch Durchfall oder so. Haben auch Sie Angst vor der Einnahme von Medikamenten? Scheuen Sie Nebenwirkungen. Damit ist jetzt Schluss. Fopex löst sämtliche Vorbehalte. Und das Pillenschlucken wird zum Highlight des Tages. Lisa, hier hast du Fopex. Das wirkt schnell und in fünf Minuten wird die Kapsel gegen die Verstopfung das Beste vom Frühstück. Und wenn du willst, kriegst du auch noch andere Medikamente. Oh, super! Fopex. So macht die Medikamenteneinnahme Spaß. Und die Packungsbeilage wird zur Komödie. Zu Risiken und Nebenwirkungen lachen Sie über die Packungsbeilage und vergessen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.